Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten, heute mit einem Update zum Model 3 in Amerika, denn das Highland wurde gestern dann auch offiziell in Amerika gelauncht und das bedeutet, dass nun die Umbaumaßnahmen auf das Tesla Model 3 Ende Januar abgeschlossen sind. Natürlich müssen wir noch bedenken, dass das Model 3 Performance fehlt in allen Märkten, das ist natürlich eine Modellvariante, die weiterhin unklar ist, wann sie dann final kommt, aber wir schauen uns jetzt mal hier einen Excel-Sheet an, welches ich heute einmal kurz für euch erstellt habe. Wir haben also das Tesla Model 3, welches entsprechend in China produziert wird, im September dann angekündigt worden ist und in den verschiedenen Märkten verkauft wird, also das ist ja bereits bekannt und dann haben wir natürlich das Thema Tesla Model 3 Fremont, das ist das, was wir jetzt nun im Januar 2024 mitbekommen haben, dass das jetzt eigentlich auch losgeht. Ja, jetzt geht natürlich die Frage um, was kommt als nächstes, denn wir wissen, ein Unternehmen muss sich kontinuierlich weiterentwickeln, das Tesla Model Y hatte ja so einen Semi-Facelift noch im Oktober 2023 bekommen, aber in einem meiner letzten Videos hatte ich ja gesagt, dass es Gerüchte gibt, dass man das chinesische Neujahr nutzt und das würde jetzt auch Sinn machen. Man hat das Model 3 in Fremont nun jetzt umgebaut, das geht dann ab Februar ja in den Markt rein und somit kann man dann wieder mit neuen Umbaumaßnahmen in einer anderen Fabrik beginnen, was ja nun sinnvoll ist, weil man nicht alles gleichzeitig machen kann. Das heißt Februar, März, vielleicht in diesem Zeitraum wird es dann in China passieren, würde bedeuten als nächstes dann August, September in Grünheide. Das ist dann ungefähr der Zeitraum, wo wir das Model Y als Facelift hier in Deutschland erwarten können. Das betrifft natürlich dann aus Grünheide auch die Märkte Türkei, Taiwan und Israel und aus China sind es natürlich dann nicht nur China als Markt, sondern der gesamte asiatische Großbritannien und auch Australien. Und dann Richtung Ende des Jahres, vielleicht auch erst zu Beginn 2025, wird dann wieder genau mit dem gleichen Spiel, welches wir jetzt gerade mit dem Model 3 hatten, das Model Y in, ja, Austin, Texas und Fremont umgebaut. Ob man das gleichzeitig macht, ist natürlich die offene Frage. Beim Model 3 war das ja jetzt gerade nicht nötig, weil Austin ja überhaupt gar nicht das Model 3 produziert. So ungefähr könnte jetzt der Weg aussehen für das gesamte Jahr 2024 bis dann für die US-Kunden sogar noch in das Jahr 2025 hinein. Was danach dann passiert, ist jetzt ziemlich klar. Wir wissen alle, es soll ein Kompaktauto kommen und mit diesen Facelifts, die dann 2023 in das Jahr 2024 hinein und das Model Y dann durch das 2024er Jahr durch stattgefunden haben, ist dann natürlich auch die Bühne gemacht, um einen Kleinwagen nächstes Jahr in die Produktion zu bringen. Jetzt wirst du sagen, wo soll das überhaupt passieren? Am wahrscheinlichsten ist tatsächlich Austin, Texas. Danach Shanghai und danach Grünheide. Warten wir mal ab, ob es sich so bewahrheitet. Wenn es eben halt um die Verkäufe im letzten Jahr geht, dann ist Tesla mit den reinelektrischen Fahrzeugen ja immer noch an erster Stelle. Und dann haben wir noch BYD, die ja weiter stark am Wachsen sind, wobei man hier sagen muss, dass die Wachstumszahlen noch mit Vorsichtigkeit zu genießen sind, denn sie werden nicht auseinandergefriemelt. Darum müsste ich noch mal aktuelle Daten bekommen. Also das ist nicht 100 Prozent mit den 60 Prozent, aber es wird sehr wahrscheinlich so sein, dass BYD in diesem Jahr Tesla überholen wird. Dann haben wir noch Volkswagen, BMW, Li Auto. Es fehlen unter anderem aber noch Marken wie zum Beispiel Mercedes, die haben noch nicht die finalen Daten bekannt gegeben. Und auch zwei weitere chinesische Marken, die in diesem Raum von BMW und Volkswagen liegen könnten, haben ihre finalen Zahlen noch nicht bekannt gegeben. Wenn du übrigens für dein Model Y noch Gummimatten brauchst, Organizer brauchst, wir haben richtig gute Produkte und zwar Gummimatten, welche aus mehr als 50 Prozent recycelten Material bestehen, nämlich aktuell 75 Prozent. Außerdem bekommen wir zeitnah auch die Model 3 Highland Matten und wir haben ganz, ganz viele andere Produkte und der Sommer kommt ja dann auch wieder ganz schnell. Also schau auch gerne mal bei uns vorbei, wenn es um Matratzen geht. Da haben wir nämlich einiges rund um das Thema Camping. Dann haben wir einmal das Thema Herz. Wir wissen ja, dass bereits aus dem Sortiment von Sixt die Tesla-Fahrzeuge langsam wieder rausgehen. Und bei Herz ist es jetzt so, dass man die 2021er Version verkauft. Das ist aber noch kein Abverkauf, also kein Zeichen, dass Herz jetzt gar nichts mehr von Tesla zu tun haben möchte. Es ist einfach nur so, dass natürlich jetzt mit dem neuen Tesla Model 3 man langsam natürlich, und das ist bei solchen Unternehmen ja nicht unüblich, die Fahrzeuge ausmistet. Das ist jetzt also mal ein gebrauchtes Auto, immer als Nettopreis natürlich hier zu sehen, denn wir beide und alle wissen ja da draußen, dass die USA immer noch die Nettopreise anzeigt. Du siehst auch hier, dass die Fahrzeuge 90.000 Meilen, 86.000 Meilen und 84.000 Meilen haben. Ist also jetzt nicht so, dass sie gar nicht gefahren worden sind von Herz und für 20.000 Dollar kann man also hier ein gebrauchtes Tesla Model 3 bekommen. Und für einige könnte das sogar ein Thema sein, denn es gibt ja damals in diesen Modellen auch noch das Thema Ultraschall-Sensoren, wenn das zum Beispiel etwas ist, was man gerne haben möchte. Ja, dann haben wir noch das Thema Nordamerika und Tesla Model 3. Wir hatten ja gerade über das Tesla Model 3 Highland gesprochen. Hier jetzt mal ein Beispiel nach 16 Stunden. 8.580 Stimmen hat er hier gesammelt und 12,4 Prozent haben gesagt, ja, ich habe mir eins gekauft. Wenn das wirklich wahrhaftig so ist, würden das ungefähr 1.000 Leute, 1.070 Leute sein. Das ist jetzt ja nur ein Bruchteil dessen, aber die Reaktion ist natürlich sehr euphorisch, genauso wie bei uns in Europa, als das Tesla Model 3 Highland rauskam. Und somit wird dann auch hoffentlich der amerikanische Markt im Februar dann richtig erst mit dem neuen Tesla Model 3 bespeist und viele Kunden werden hoffentlich glücklich sein. Ja, dann ging es ja noch um das Thema Folieren. Ich hatte vor einigen Wochen mal ein Video dazu gemacht. Das ist eine neue Farbe, die Tesla jetzt eben halt herausgebracht hat. Damals haben noch viele von euch gesagt, ja, ich würde mir doch nie sowas von Tesla kaufen. Bei den Preisen keine Chance, werde ich niemals machen. Und wir schauen uns jetzt mal gleich die Preise an. Wie gesagt, das ist eine neue Farbe. Wie funktioniert das? Man kauft das entsprechend bei Tesla und geht dann in den jeweiligen Service Center, der diesen Service anbietet. Wir haben hier also acht Farben und diese acht Farben werden zu verschiedensten Preisen angeboten. Und das, was du gerade gesehen hast, ist das Satin Abyss Blue. Und dann gibt es andere Farben, die weiter reduziert worden sind, um zwar bis zu 24 Prozent. Ich halte es immer noch für einen sehr teuren Preis. Vor allem, wir sprechen ja hier noch von Dollarpreisen. Und ob man jetzt hier sogar noch von Nettopreisen spricht, auch das ist sehr wahrscheinlich. Also ein sehr, sehr teurer Preis. Aber die Taktik von Tesla ist natürlich hier, mit teuren Preisen vielleicht erstmal hineinzugehen, die Strukturen aufzubauen und dann irgendwann später mit den Preisen auch weiter runter zu gehen. Denn seien wir ehrlich, auch Tesla kann mit solchen Produkten natürlich auch bei weniger, also bei günstigeren Preisen noch immer sehr viel Geld verdienen. Und das könnte natürlich auch ein zukünftiger, interessanter Markt für Tesla sein, wenn die Infrastruktur und auch das Service-Netz in Europa weiter ausgebaut ist. Lass mich gerne mal wissen, ob du zu dem Thema Folieren dich eigentlich dafür interessierst oder ob das überhaupt für dich eine Variante wäre. Es gibt ja bereits viele Anbieter auch in Deutschland, die für Tesla-Fahrzeuge Folierungen anbieten und sicherlich mit dem Preisgefüge bei einer ganz anderen Hausnummer sind als diese teuren Preise hier. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, freut mich, dass du wieder dabei gewesen bist. Schau gerne auf tessisupply.com vorbei und ich freue mich, dich morgen wieder hier zu haben. Bis dann und tschüss.